Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Captain of Industry. Ich wollte das Spiel schon bei Release spielen, aber ich dachte, ich warte ein bisschen wegen zu vielen Bugs. Und es gab jetzt schon ein paar Hotfixes und die Bewertung ist weiter gestiegen. Und ich dachte, los geht's. Ich habe noch nicht gespielt und das Spiel soll völlig bedingungslos, gnadenlos, nicht bedingungslos, gnadenlos sein, wenn man was falsch macht. Hey, was soll's? Auf geht's. Wer nach perfekten Gameplay sucht, ist hier definitiv falsch. Los geht's. Ich dachte, wir spielen auf der Strand. Ich habe mal kurz geladen, nur ob es geht und war völlig überfordert. Ich glaube, das ist alles nur ein bisschen mehr und ich glaube, das ist ganz gut. Schwierigkeitsgrad. Also sowas spiele ich auf jeden Fall nicht. Ich würde eher auf Standard spielen. Captain ist bestimmt überhaupt nicht zu empfehlen. Ich nehme die Welt Archie. Und mein Geburtsdatum. Mal gucken, was passiert. Ich denke mal, es wird grausam enden. Los geht's. Ja, willkommen. Willkommen bei Unprofessionalität. Ich bin nicht schlecht, aber ich bin unfassbar der Beste. Wenn man es genau sagen muss. Also ich fand es cool. Man kann irgendwie Tagebau betreiben. Die Welt ausbeuten und abbauen und rücksichtslos die Welt vernichten, indem man mit Baggern die Erde aufreißt. Ich meine, was kann schöner sein? In Computerspielen aber auch nur. In Wirklichkeit ist das auch schön, aber das ist immer ein bisschen blöd, wenn man die Natur vernichtet. Aber so ist das halt. Wir lieben Bagger, aber gleichzeitig muss man halt auch irgendwie traurig sein zugleich. Manchmal vielleicht. Jetzt erst recht. Es lädt. Ich muss warten. Mir fällt nichts mehr an, was ich sagen könnte. Ich will aber nicht still sein. Deswegen wird es immer länger. Oh, ich wollte sagen, es ist abgebrochen, aber es ist nicht abgebrochen. So, es geht weiter. Ich trinke mal was. Nein, ich genüge keine Drogen. Ich bin einfach nur... Ich bin so. Okay, los geht's. Also wir haben hier ein cooles Schiff. Das kann man zum Schlagschiff ausbauen. Was es genau bringt, weiß ich nicht. Ob man das sieht, weiß ich nicht. Captain, wir haben soeben angedockt. Obwohl unser Schiff als auch der örtlichen Schiffs-Dock werden größere Reparaturen benötigen. Die verlassene Kommunikationsstation in der Nähe des Docks könnte abgebaut und zum Schmelzen von Eisen in einem Hochofen verwendet werden, damit wir mehr Fahrzeuge und Konstruktionsteile bauen können. Es ist wichtig, so schnell wie möglich einen Forschungslober zu bauen, damit unsere weiteren Baupläne für wichtige Dinge wie Farmen und ein Leuchtfeuer entwickeln können. Warum denn Leuchtfeuer? Sind wir denn wirklich gestrandet? Ey, wir sind hier gestrandet. Komm, wir bauen eine neue Zivilisation auf. Super. Ein freundliches Dorf aus Schiffscontainern. Mit dem sie handeln können ist in der Nähe. Überfrößen sie die Weltkarte. Handeln kann eine Rettung sein. Irgendwas kritischer Produkte kann... Stell dir vor, da kommt so ein Schiff, dockt hier an und brüttelt deine Insel bis auf die Unkenntlichkeit aus. Ach, guck mal, hier ist Kupfer. Das sehe ich bis hierhin. Hoffentlich habe ich dann auch recht. So, los geht's. Ähm, habe ich jetzt schon irgendwie irgendwas, was Geld kostet? So, hier ist die Funkstation. Äh, Eisenschrott liefern. Beginne Wiederverwertung. Okay, machen wir mal an. Äh, dann brauchen wir... Warte mal, er hat gesagt schmelzen, ne? Kühlerei, Hochofen. Ich habe halt keine Ahnung. Machen wir mal hier hin. Ach, guck mal, das hat Ein- und Ausgänge. Ist das für die Autos? Nein, hier ist, äh... Oh, die fahren auf jeden Fall. Yeah. Also, das fand ich cool im Trailer mit den ganzen Autos. Guck mal, ist sogar ein Bagger. Oh, so männlich. Guck mal, jetzt sogar so, so... Wie nennt man das? Stein-Crusher. Zamalma. Vernichter. Ich hätte das anders bauen sollen, das ist nicht sehr toll. Aber wir müssen ja erstmal jetzt überleben. Okay, unten Forschungsdingens. Die Frage, ob das jetzt geht. Jetzt müsste es wahrscheinlich gehen. Jetzt holen sie es ab. Yeah. Dadam. Oh, sehr schön. Was gibt es Schöneres als Schrott in Autos? Äh, Renne für Schmelze. Ach, krass. Nee, echt, das sehen wir. Das ist ja cool. Dampf. Forschungslabor. Braucht das irgendwelche Eingänge? Nö, dann kommt das mal hier hin. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen mit dem... Mit der Renne. Gebäude. Forschungslabor. Unterkünfte. Lebensmittelmarkt. Abfallsammlung. Verkippungsgebiet. Unterkünfte. Verkippungsgebiet. Achso, zum Aufschütten. Ich fange nochmal beim Anfang an. Metallkühlerei. Metallu... Metallgießerei. Metall... Ah, guck mal. Aha. Wir machen mal so. So, Forschungslabor. Neuforschung beginnen. Und zwar fangen wir an mit Eisenverhüttung aus Schrott. Das haben wir schon. Grundlegende Landwirtschaft. Konstruktion. Machen wir mal grundlegende Landwirtschaft. Und Konstruktion. Was auch immer das macht. Wir werden... Ach, guck mal. Das sind so... Das sind gar keine LKWs oder sowas ähnliches. Eher Trucks. Kleinlastwagen. Ja, okay. Das ist ein Kleinlastwagen. Ist das egal, ob die da am Weg stehen? Oder... So, wo waren wir denn? Das war bei Hochofen. Ne. Das war hier. Renne. Ich meine, ich kann... Das ist egal, ne? Ich muss das nicht machen. Aber wir haben ja halt Dampf. Wo tue ich denn Dampf hin? Habe ich dafür irgendwie nicht irgendwie... So... Irgendwas, wo das... Ich meine, das kann doch einfach in die Luft dampfen. Ist da auch egal, oder? Aber das brauchen wir bestimmt für irgendwas. Lebensmittel haben wir gar nicht. Wir haben Vorrat für 44 Monate. So, und hier kommt das raus. Aber wir haben gar kein Lager. Ich glaube, ich brauche diese Konstruktion. Grundlegende Landwirtschaft. Ich glaube... Tutorial. Logistik. Aha. Das ist ja geil. Aber ich habe so Lager doch noch gar nicht. Klicken Sie auf den roten oder grünen Fall. Neben einem Dingensbum ins Abfallverkippung. Ach nein, ich muss einen Abfallberg bauen. Oh, das ist ja schön. Abfall und Verkippung. Das sind deutsche Wörter, oder? Da wird einem warm ums Herz. Ja? Warm ums Herz. Leistungssteigerung. Fehlende Materialien. Auto, Auto. Eisenschrott. Wir sind doch noch dabei, ne? Ja, warte, wir gucken ja noch weiter. Wir sind alle noch am Ausprobieren. Die Zeit läuft, ne? Gut, okay. Leider habe ich, äh... Na gut, ich habe gedacht, irgendwie... Achso, braucht es Kohle? Ne. Es braucht nur Eisenschrott. Kohle! Ne, wir brauchen noch Kohle. Aber wir haben nur eine Köhlerei. Na, das ist natürlich toll. Was kommt... Da kommt denn die Kohle raus. Und die kann dann da hinten rein. Äh, wie drehe ich denn? Jetzt müssen wir das mal kurz rausziehen. Okay. Okay. Das ist der Anlieferpunkt. So, dann haben wir... Da ist schon wieder Dampf. Ja? Meine Güte. So, dann müssen wir jetzt irgendwie Holz, äh... Sägen gehen oder so. Können wir das auch irgendwie machen? Oh, okay. Wir haben eine Karte. Okay, ich bin überhaupt nicht überfordert. Nein, nein, nein. Ist das hier vielleicht? Landwirtschaft. Ich glaube, ich hätte das machen sollen. Ich glaube, wir haben schon verloren, oder? Hier. Ist das durch? Ja. Geil. Geil. Der macht die Bäume weg. Ist das cool. Ich glaube, ich könnte das Spiel generell mal lauter machen. Aber, äh... Musik-Lockstärke mache ich mal ein bisschen auf 20 oder so. Umgebungsgeräusche können, glaube ich, höher. Ich mache mal so. Mal gucken, was... Oh Gott, jetzt platzt mein Trommelfeld. Pass auf. Aha. Sehr schön. Wir wollen ja die Industrie hören. Guck mal, die fahren... Alter, die Straßen bilden sich, weil sie rumfahren. Guck mal, wir haben hier angelegt. Und hier gibt es schon voll das Dock. Aber gut, das ist ein bisschen im Arsch. Ich glaube, ich sollte das schaffen. Ich habe Satisfactory gespielt. Faktorie habe ich sogar durchgespielt. Ich meine, dann sollte es ja wohl gehen. Los, zeig, was in dir steckt, du Kleidertrack... Äh, äh... Holz... Äh... ...die Idee gekommen ist. War echt mutig. Okay, wir haben kein Baumlager. Hat keinen zugewiesenen Lastwagen. Aha. Geben wir dir mal drei Lastwagen. Ist das geil! Das ist ja richtig cool. Man hätte es bloß vorher gespielt, aber ich glaube, da waren einige Bugs. Das war nicht so gut. Abgas. Ach so, das ist nur Abgas. Ach, das ist ja egal, wo das hingeht. Äh... Da kommt Kohle raus, wahrscheinlich. Aber wir haben kein Fließband. Ja. Ich meine, muss ich das irgendwie... ...hier machen? Ne, das hier ist nichts. Ach so, Kipper. Warte. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt schon machen soll. Das hier ist... Lebensmittelmarkt. Okay. Abfall. Okay, Abfall. Machen wir mal hier hin. Oder warte. Ich meine, wir können auch hier hin machen. Äh... Los, fahrt meine kleinen LKBs. Zeigt, was in euch steckt. Guck mal, hier voll die Straße schon gefahren. Ob die da noch die bevorzugen, die Straßen, die sie fahren? Oh, sehr schön. Guck mal, hier genau. Wald, diese Natur platt. So muss das sein. Laborbereit. Alter, ist das cool. Okay. Rodet Holz. Äh... Wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Niederholzen, roden und vergasen. Äh... 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 Ist... Ah, okay. Ach, verstanden. Und da kommen jetzt die Rohre rein. Okay, wie können wir hoch? Ach, guck mal, das hat sogar sowas hier. Das ist ja... Als das lässt die Herzen von allen, äh... Industriellen hochsteigen. Ist das krass. Da, guck mal, das macht das selber. Guck mal, wie Banane das aussieht. Aber ich beschwär mich mal nicht. Aha. Aha. Jetzt warten wir erstmal, ob das sich anschließt oder nicht. Oder es braucht noch einen Schornstein. Ich dachte irgendwie... Dann braucht halt alles einen eigenen Schornstein. Machen wir halt da noch einen Schornstein hin. So was bräuchten wir mal in Eko. Ja? Machen wir so. Vielleicht geht das ja irgendwie. Wir werden es sehen, ja? Da, Farm. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt... Wenn ich wüsste, wie alles funktioniert, hätte ich schon längst wahrscheinlich alles auf einmal gemacht. Ach, ich werde das schon rauskriegen. Jetzt brauchen wir erstmal Kohle. Und ich glaube, ich kriege... Prö... 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 Prö a peu. Das schon beigebracht. So ist es ja nicht. Ne? Wir haben keine Eile. Kein Stress. Ne? Ich höre schon... Leute innerlich... Zusammen schreien. Aber ist mir egal. Betonherstellung. Es ist echt klein... Leute, ich kann das selbst nicht sehen. Aber ich glaube, das UI vergrößern kann ich nicht. Ich spiele halt auf 2K, aber das mache ich nur wegen der Auflösung für YouTube. Ach, guck mal. Das hat funktioniert. Aber das nicht. Nein, ich kann nicht Richtung ändern. Das wäre es ja jetzt. Ähm... Jetzt brauchen wir nochmal Rohrleitungen. Woher hört ihr das? Oh ja, geil! Es passiert irgendwas. Oh, guck mal. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Alter, cool. Okay, besser als wenn nur irgendwie Zahnräder sich drehen. Das ist ja mal zum Kotzen. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir ganz ruhig sein. Ich muss jetzt kaputt machen lernen. Alter, guck mal. Wie cool! Geil, glühendes Eisen. Und dann ist das... Alter, ich also da... Alter, guck mal. Da wird das sogar abgegossen. Man sieht das alles. Ja, so muss das sein, Leute. So muss das sein, ja? Nicht immer nur... Da geht ein Eisenbarren in so einen kummigen Kasten. Und dann kommt es fertig hinten raus. Ne, wir brauchen ein bisschen Augenkino hier. Ein bisschen mehr Action. Da ist es gefunden. Okay, dass sogar das dauert. Okay. Das ist aber Dampf. Und nicht irgendwie... Verschmutzung, oder? Das entfernt sich. Das ist noch dabei. Das holt die Sachen wieder ab. Das ist aber Dampf. Ich glaube, das ist... Doch, es soll da rein. Aha, doch. Es war schon richtig. Habe ich natürlich ein bisschen dämlich gemacht. Ich hätte die Schornstein einfach direkt davor machen können. Aber ich dachte, ich mache es so. War eine blöde Idee. Ich weiß. So, jetzt brauchen wir ein Lager. Und ich kann euch nicht sagen, wo das Lager ist. Es kommt wahrscheinlich jetzt mit der Forschung. Oder wir haben es schon irgendwo. Es ist noch dran. Es ist noch dran. Ausbeuten und verpesten. Schön. Also, das haben wir jetzt alles gebaut. Jetzt können wir nur warten. Ich glaube, jetzt kommt... Nee, wir hatten schon eine erste Ladung, oder? Werkzeuge. Eisenverhütung. Kohle, Holz, Ernte. Logistik. Die meisten Förderstrecken können sie... Während der Entwürfungsprozesse ist cool. Den drücken, Fahrzeugrampe. Ja, aber wir haben das nicht. Ich habe diese Lager noch gar nicht. Ich glaube, wir bauen jetzt mal... Wir bauen jetzt mal lieber Farmen, bevor wir jetzt hier ausrasten. So, wahrscheinlich müssen die ins Grüne. Machen wir direkt eine hier hin. Ah, scheiße. Warte. Okay, warte. Vielleicht drehen wir die ein bisschen. Guck mal, so geht es auch. Wunderschön. Genau, macht die Bäume da weg. Die stören uns nur beim Felderanbauen. Roten, 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 roten. Felder, 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 Felder. Was will man mehr? Okay, grundlegende Landwirtschaft ist abgeschlossen. Ach, es war noch gar nicht. Doch, es ist doch dran. Ich glaube, wir müssen einfach warten. Ich glaube, Holz sollten wir noch ein bisschen abernten. Dann, 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 dann. Die Frage, ob wir immer alle Wälder rohen sollten. Das ist die große Frage. Abgeschlossen, Konstruktion. So, und? Scheiße. Montage, manuell. Aha. Manuelle Montagestrecke. Welche einfache Basisprodukte herstellt? Da fahren wahrscheinlich die Autos hin. Ich stelle ihn mal, ich stelle es mal, pass auf, ich stelle es mal hier hin. Ich denke mal, es gibt einfach noch keine Fließbänder für uns. Ach, so. Warte mal, was können wir denn da einlagern? Wahrscheinlich Benzin, Öl. Ich meine, kein, wahrscheinlich kein Abgas. Vermute ich jetzt mal. Es würde mir Sorgen bereiten, wenn wir das tun. Vielleicht können wir es ja verkaufen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand süchtig nach Abgasen. Oh. Wie der Typ von Fern Gully. Kennt ihr den nicht? Fern Gully, cooler Film mit Elfen und Feen. Kinder Film, aber sehr gut. Ich fand den immer toll, den Bösewicht. So, kein Rezept. Eisen, Eisen, Gummi, Eisen zu Maschinenteile, Konstruktionsteile oder Elektronik. Gut, okay. Lass uns mal gerade gucken. Sonst haben wir nichts. Forschung, Konstruktion ist wie gesagt fertig. Neue Forschung beginnen. Sondern haben wir Energieversorgung. Handelsdok oder Fahrzeuge, Bergbau. Oh. Lager. Guck mal, hier sind erst Lager. Kupferveredelung, Betonherstellung. Leuchtfeuer. Normaler Diesel. Oh. Ich glaube, wir müssen mal erst machen. Fahrzeugbau. Da steht auch, was das benötigt. Glaube ich dann das. Dann, ähm. Machen wir mal ein Leuchtfeuer. Ja, wir schaffen das schon. Wir sind groß und stark. Ja, wir bauen das, was wir gerade benötigen. Anders können wir es halt nicht machen. Okay, es produziert Zeug. Jetzt ernten. Und da können wir es auch einfach selber... Können wir auch Geld mitmachen und die sind glücklich. Ich meine, jeder... Jede Fabrik braucht wahrscheinlich, ähm... Arbeiter. Wenn wir dann... Aber die laufen da noch nicht rum. Das kommt bestimmt noch, oder? Ist das nicht so wichtig. Hauptsache, wir sehen die... Hier das Zeug. So. Wir können Produktion-Konstruktionsteile beginnen, um mehr Maschinen und Gebäude zu bauen. Vergessen Sie aber nicht, die Eisenproduktion zu erhöhen, um die Nachfrage zu befriedigen. Sehr gut. Jetzt geht das schon mal weiter. Das Ding ist... Oh, die Vita. It had geshellt. Düsseldorf. Äh... Sehr gut, sehr gut. Das ist schon mal sehr cool. Das ist schon mal sehr cool. Das gefällt mir ganz gut. Yeah. Ja, dann lassen wir das jetzt mal so und forschen weiter. Vorrat... Jetzt müssen wir grad mal gucken. Drei... Vier Arbeitskräfte. Zehn Arbeitskräfte. Auto-Lkw-Export. Ich könnte hier ein wenig... Ich könnte hier nur einen machen. Das müsste eigentlich reichen. Wie viel Holz passt denn da rein? Das ist die Frage. Ich meine... Aha, 40. Wir haben 20 drin. Ich meine, die Nachfrage hier von erhöhen ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine, Hauptsache es läuft. Wir können... Gut, wir könnten das erhöhen. Wir könnten... Leistungssteigerung. Bla, bla, im Monat. Einigkeit. Okay. Und wir haben... Okay, wir können es erhöhen. Ohne Probleme. Einigkeit hat was mit den Leuten hier wahrscheinlich zu tun. Wie glücklich sie arbeiten. Also können wir sie gerade ein bisschen ausbeuten. Ich meine, beschäftigen... Ich meine, wir haben schon wieder den Kipplaster nicht gesehen. Wir können aber auch Müll benutzen, um irgendwie eine Rampe hier hinzubauen. Guck mal, das ist Kupfer, oder? Ach, scheiße. Ich weiß auch nicht. Oder das ist Eisen. Blödsinn. Das ist Eisen. Das ist Copper. Das ist Copper. Und ich werde alle diese wunderschönen Schätze... ...die du in dir trägst. Aus dir rauskratzen. Insel. Du wirst nur noch ein großes Bauloch sein. Ja. Sehr gut. Geil, guck mal. Schade, wenn es langsam ist, ist es cooler. Sollen wir jetzt noch eins bauen? Ich meine, wir haben ja hier noch einen Exit. 8 von 32. Ne, so viel schneller ist der auch nicht. Ich meine, was soll's? Ich meine, ich habe doch genug Einigkeit. Verstellern wir das mal. 37 Monate Vorrat. Ist wieder ein bisschen gestiegen, oder? 44 Arbeiter verfügbar. Also alles gut, ja? Guck mal, das ist unser Schiff. Ist riesig, Alter. Guck mal, wie groß das ist. Eigentlich proportionsmäßig eigentlich viel zu groß. Für den Aufbau und so, glaube ich. Sieht merkwürdig aus. Aber auch schön. Ist es uns, ja? Ihr seht, ich habe Spaß. Das hört man direkt, ne? Ich habe immer Spaß verspielen. Aber manchmal ist es schon cool. Weil ich merke, okay, wir können spielen. Es funktioniert, weil es ist ja trotzdem Arbeit aufzunehmen. Und wenn es Spaß macht, man weiß, okay, geil. Es macht auch Spaß. Weil ich habe momentan zu wenig Projekte. Es ist alles zu Ende gegangen. Oder das meiste. Ja, wir machen einfach hiermit weiter. Aber es ist immer noch die Frage, was wir als nächstes tun. Es läuft 36 Prozent Fahrzeug bei Handels... Wir haben hier Handelsdok fertig? Habe ich das Handelsdok zuerst geforscht? Das kann doch nicht sein. Kann ich das verschnellern? Fahrzeug und Bergbau. Jo. Fahrzeug und Bergbau. Ich bräuchte so einen Park. Ja, so einen... So einen Fuhrpark oder so. Es ist schön verkippen und speed. Also sowas Schönes. Wir häufen... Wir haufen Müll an. Ich werde einen Müllberg bauen. So wie bei Wolli. So was ist das? Kartoffeln, ne? Wahrscheinlich... Esst Kartoffeln. Mehr braucht ihr nicht. Fische gibt es bald nicht mehr. Also beeilt euch mit dem Angeln. Nö. Alter, guck mal. Hier ist nur noch ein Strahl. Ich glaube... Es ist... Es... Nee, ist nicht voll. Ausgabe voll. Noch. Ist voll. Und hier? Ach, wir brauchen hier Holz. Aber das ist natürlich jetzt blöd. Gut, dann müssen wir... Okay, jetzt habe ich verstanden. Wir legen los. Ich glaube, wir brauchen noch so einen... So einen wunderschönen Entholzer. Das ist kein Entsafter. Das ist ein Entholzer. Wer heißt du, Jonathan? Arbeite schneller, Jonathan. Oh, ich kann es verschrotten. Und dann haben wir verloren. Guck mal, ich kann mir sogar einen Namen geben. Jonathan. Jon... Ne... Wie schreibt man? Jonathan. Jonathan. Nee, Jon... Na-son. Jonathan. Los, Jonathan! Hol uns Holz. Äh... Wollt ihr alle ein LKW sein? Ihr wisst ganz genau... Name im Let's Play, Leute. Dann kann ich das umbenennen, bevor ich hier mal loslege oder so. Dann nenne ich euch nach LKWs. Und wenn ihr ein Blödsinn macht, dann... Dann sage ich euch das. Ich glaube, wir müssen dann hier langsam machen. Leistungssteigerung entfernen. Wir brauchen ja hier Holz, aber... Sehr schön. Es wird schon, es wird schon. Keine Sorge. Irgendwo muss das Holz ja hin. Warum er hat die Maschine zu? Okay. Kann ich hier irgendwie dahin ordern? Beton... Und Betonplatten. Habe ich doch gar nicht. Oh, der meinte der Maschinenteile. Ich glaube, der meinte Maschinenteile, ne? Ich glaube, der meinte Maschinenteile. Ach so. Nicht Konstruktionsteile. Aber nur das braucht Eisen. Oh, warte mal. Geht der Müll wegbringen? Ne. Der holt Schrotz. Okay. So, jetzt haben wir das auch. Habe ich mich verlesen mal wieder. Farmhofofen, Metallodingens. Aber ich würde nicht jetzt noch mehr bauen. 38 Monate essen. Das hält alles. Das ist gut. Dann, 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 dann. Okay, wie sieht's denn hier aus? Fahrzeuge und Bergbau. Hochofen, Eisenerzkohle, geschmolzenes Eis. Aber wir hatten auch schon Hochofen. Montage manuell. Fahrzeugdepot, kleiner Bagger, Kleinlaster, Baumerntemaschine. Ah, so ein Bagger ist nochmal unterschiedlich. Äh, Bergbaukontrollturm. Oh, das klingt gut. Da würde ich drin wohnen. Und beim Handelsdok, haben wir Handelsdok und Stückgutlager. Das hört sich gut an. Lager bis zu 180 an, wenn ein festes Produkt ist. Oh, das ist doch gut. Das ist also bei Handelsdok. Wartungsdepot, Dieselgenerator, Wartung. Okay. Set ist gut zu wissen. Mal gerade ein bisschen schneller. Alter, guck mal, da ist Stau. Oh, die warten auf irgendwas. Die warten wahrscheinlich, dass der irgendwas hier macht. Na gut, wir haben 30 Minuten erreicht, liebe Leute. Ich muss hier aufhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Captain of Industry. Oder der beste Captain der Ausbeutung. Tschüss. 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 Mom.